Musik Frankreich hat mit Abstand die meisten Helme im Ersten Weltkrieg hergestellt und nicht nur zur Ausstattung der eigenen Truppen oder von Kolonialtruppen, sondern sie haben sie auch an verbündete Nationen ausgeliefert und haben auch einige Änderungen daran vorgenommen. Besonders schönes Beispiel ist der Adrianhelm, der an das russische Zahnreich exportiert worden ist. Und der unterscheidet sich anhand zweier sehr auffälliger Merkmale von dem Adrianhelm. Später hat Russland dann eigene Helme entwickelt, aber als erstes war es natürlich einfacher, schon vorhandene Helme zu exportieren und etwas zu verändern. Und am auffälligsten ist natürlich die Farbe. Das ist nicht dieses intensive Horizontblau von den Franzosen, sondern eher ein Senfbraun, was die Franzosen dann ab 1918 dann auch selbst übernommen haben. Und als zweites Merkmal, als Unterschied zu dem normalen französischen Helm, ist natürlich das Emblem hier vorne sehr schön zu sehen, was das Staatswappen zeigt. Also der zarische Doppeladler mit dem Brustschild in der Mitte ist unverkennbar. Wenn man den Helm umdreht, kann man eben auch sehen, dass der Kinnriemen noch vorhanden ist und auch wohl original ist. Also der ist zwar sehr schön erhalten, aber doch in Gebrauch gewesen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es der originale Kinnriemen ist, der dazugehört. Das Innenfutter ist auch die erste Version des Innenfutters. Aus einem Stück gestanzt, an einer Stelle verbunden und hinterlegt mit einem grauen Wollfilz. Die französischen Adrian-Helme sind ja hinterlegt mit diesem roten Textil. Hier ist es grauer Wollfilz. Und zur Befestigung und als zusätzliche Belüftung sieht man hier eben auch wieder dieses gewählte Blech an der Seite. Innen kann man verschiedene Stempel sehen. Das ist einmal, jetzt kurz schauen, wo der ist. Einmal die Größe, da bin ich mir nicht ganz klar, welche Größe es genau ist, wenn man nur die 2 auf der Seite sieht. Vielleicht ist es hier C2. Und man kann ebenso den Company-Kolonial-Stempel erkennen. Das heißt, auch diese russische Version des Helmes wurde in der gleichen Fabrik hergestellt wie der französische Adrian aus unserer Sammlung. Diese russische Version des Helmes wurde nicht nur von den zarischen Soldaten selbst getragen, sondern auch von den russischen Brigaden in Frankreich und in Mazedonien, die diesen gleichen Helm haben. Ich würde sagen, das ist auch wieder ein schönes Stück aus unserer Sammlung, was eben diese Varianten zeigt, die es von dem Adrian gab und auch in einem ziemlich guten Erhaltungszustand. Die Stempel Die Stempel Die Stempel